die leute ich habe keine Ahnung wo ich gerade hinrenne ich bin jetzt irgendwo über so eine Wurze hier ran und jetzt bringen wir ganz woanders einfach nur, ja aber gut, Items mitnehmen ist nie verkehrt wir wissen das verwirrt da ist schon wieder der Weg ne, wir wollen noch nicht auf dem Weg da ist ein Gegenstand hört halt das Geräusch das ist gerade der liebe Wanker auf der Toilette Hallo Wanker der ist sehr intensiv in seinem Akt beschäftigt steht da um meiner seht ihr den ok war nix war nix ok jetzt sind wir wieder hier um 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 einen Das sind Cookie-Bakery-Brownie-Cookies, und die müssen für 2-3 Sekunden oder eine Minute probleiben. Heavy. Ultra-shitty. Also, wir kriegen jetzt richtig einen Top-Wertig und geile Kekse. Top-Wertig. Pst. Na. Na. Geheimnis hinterm Geheimnis, ich habe es schon getan. Fünfmal. Heute. Ja. Und nochmal. Ich kann das sehr sehr oft. Und der Lügen muss immer hinhalten dafür. Dem Mund. So. Ich habe immer das Gefühl, dass die Zuschauer kaufen uns das überhaupt nicht ab. Aber nein, das ist wirklich homosexuelle Bruderliebe. Bruderliebe. Und nicht so die warne, äh. Schwule, die man so kennt, sondern die richtig heiße. Wo man mit Fotoschopft. Die, die, wo man die Peitsche noch richtig anspitzen muss. Damit der richtige Klatsche tut. Das ist dann hier schon wieder. Warum sind da noch mehr Gegner? Und da ist noch eine Schlange. Das ist gut, dass ich gerade ausgerichtet habe. Wenn die Miku erlauben hätte, dann habe ich nicht gebraucht hätte. Ein Mikkel, oder? Ich werde nicht hoch wie lange drin sein müssen. Ja ja, mein Mikkel ist nur Scheiße, das ist der Punkt. Ja. Das ist ein Punkt. So, jetzt schlug ich schon mit dem Baum. Na, guck mal. Idem. Idem. Zwillings, Blue, Stellen, Share. Ich brauchte jetzt gar keine Scheren. Brauch Brocken. Richtig. Heft hier Brocken. Das sieht schon schick aus. Da haben wir so ein richtig fett. Ocean. Und wir wissen nicht. Ocean of hate. Wie weit der noch geht. Richtig gruselig. Guck mal, wenn wir jetzt hier stehen. Guck mal, wenn wir jetzt hier stehen. Guck mal, wenn wir jetzt kommen wir gleich und kultur raus. Und frisst uns. Was passiert eigentlich nochmal mit der Earth Sanity? Die haben... Inside? Ja. Ja, Inside halt. Ich weiß nicht. Die Multiplayer-Werung hat hier auf jeden Fall. So. Hm. Ich glaube da war nicht auch was für das ging schon, wenn die Leute... Ja, du kannst... Es gibt einen Inside-Shop bei dem du mit dieser Wehrung etwas kaufen kannst. Ups. Alach. Zum Beispiel Boss Rüstung. Hm. Ach. Boah. Die Duften mehr da. Also. Richtig. 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 Braune. Richtig. Braune Kekse. Die Brauns. Nehmen wir uns das ein. Jetzt. Der fahrt durch die zwei Bäume. Und hier. Naja. Ich war gerade noch nicht. Weiß nicht. Tablet da noch nicht. Sehr gut. Bisschen heiß aber. Heißer Kugel. Heißer Kugel. Meistens hofft Baked Cookies mit so Schuppenspielern drin. Schlimmisch. Irgendwie Schuppenspielern sind halt angeschmolten alle. So wie es sein soll. Schlimmisch. 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 Ich bin mir nicht mal sicher ob ich dem mal als der das getötet hatte. Ich habe ihn vorbei. Schlimmisch. Aber ich will. Schlimmisch. ist eigentlich hat man sich aus wie ich meine nicht mal ist nicht das ist gut aber weißt du jetzt schlicht nicht probiert die zu töten er hat doch oft so langsam oder nicht mehr ins Blütenland vorbeigehen die morgen morgen die ist der geht es ist eliminiert klar und sie nun so zu tun die Verlagerung langsamer und die Trüste ist noch eher nicht ja aber du kannst es momentan ja so ist nun der Wissenspieler ausbringt die das ist ja auch nicht Wenn ich den Gift, den ich schon brauche, dann ist das gut. Da hast du recht. Danke. Bitte. Duhuhuhuhu! Du willst raus! Yeah! Yeah, Baba! Baba! Ah, du? Der Anus! Der Venus! Von der Venus! Oh! 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 Du hast du den Haar! Oh! 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 falle überfalle überfaller ist mir aufgefallen dass ich dort vor mir frische batterien also diesmal eine fernbindung ist wo die batterien leer sind warum habe ich das nicht längst kombiniert ich habe diesen fernseher wir sind nicht schon bestimmt ich habe diese fernseh schon bestimmt fünf jahre und das sind noch die original batterien hier drin gewesen in der fernbedingung das ist overpower es sagt alter so viel benutzt man die ansicht nicht beziehungsweise ganz kurz 0 prozent größer über das geld ist ein batterie man verwechselt man muss auch nur Prozent der drinnen bis zum Teil das ist ja so die sind so gut ja man die wird auch noch kurz und muss ja alle sondern auch Kinder auf dem mit mir auch besonders aufbauen wir wollen es noch das ist NO! NOOOOOOO! 300 Euro hat er wirklich nicht mehr voll frei weit gekönnt. Darauf erstmal ein Cookie. Leute, die sind runtergefallen. Ja, richtig runter. Und die Seelen sind weg, aber ja, oder? Die Seelen sind weg. Jetzt bist du erstmal hier und wir schauen mal, was passiert. Also, gerade ist es ganz schön derbe Penis bleiben. Die Area hat es echt in sich. Ach, der hier hat mich gekriegt. DU GOKENKÄSE! Ich hasse diese Kerle, die sind super overpowered. Gänzenmünze, schwachen Stück. Ich gebe sie keinen Menschen zurück. Ich gebe sie keinen Menschen zurück. Nein! Ich versuche auch noch. No, nein, 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 nein! Will I play with the wild rover, no never, no more Anybody Fuck you So quick Die Pause, quasi Ich musste mich zum Kopf daumen können, ne, der spritzt mir jetzt einfach mal rein, oder? Ja, wir machen jetzt wieder weiter, jetzt beginnt der Ernst, der Nager Ja Dann bin ich mal echt gespannt, was du jetzt machst so mit dem Sprung, ne? Oh, dann gibst du ihn auf die Fresse, wie gut, man! Yeah, 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 yeah Fuck him up, bitch, fuck him up Give him something to eat, give him something to eat Könnt ich jetzt mal versuchen Give him something to eat No more Also die Leute sagen, hier sind ein verborgener Fahrer Let him eat a dick and jump down Jump down, down, down Yeah, down Ich weiß nicht, das sieht hart aus, als würde sie dich trollen Ja, so ein bisschen, ne? Aber, weiß ich nicht Aber, es ist... Man sieht ja, normalerweise müsste man eine Plattform sehen Aber, weiß ich nicht Es sind einfach zwei fucking Nachrichten, die sagen springen hier Aber eigentlich glaube ich da nicht dran Sieht nicht so aus, ne, es sieht einfach nicht so aus Selbst von der Qualität her ist die Gegend nicht so gerendert Ich würde es nicht probieren, da unten zu springen Naja Ich meine selbst Die Map selbst ist nicht mal grafisch genug ausgebaut Dass man sich vorstellen könnte, dass es noch zum Spiel gehören würde Ja Den lassen man net nasen war net Du die Idee du Der kann von mir kommen Das die lasen? Ja Das pass die Die, die spaß Die lasse oder Das noch die weiter Dann schleif dich an und hol einmal aus und machen wo man umschlagen Man in eine andere treiben boxt und dann nur das eine und dann weg Dann sind die nicht bemerkt Aber oh Gott Recht Da eventuell kannst du wie gesagt sich in drei schleichen und mit dem fall auf planen er zwei schlag alle umhauen aber ich weiß nicht ob das wirklich so geklappt jetzt kann ich mich noch auflagen und die hälfte davon ist tot und wir haben schon immer nicht viel schaden genommen wir haben schon immer sehr viel schaden waren aber sehr anfällig ja aber es kam das nicht dazu zu treffen weil er zur übelste leisnings hat sie auch mit der text wird gewonnen wenn die man nicht umrätten ja der schlange witzel das mit dem bereich das ist das einfach mal für die und seine seele das richtige blutstein drogen mensch so richtig ist wirklich wichtig so viele gibt es nicht mehr nicht und das wahrscheinlich auch recht wichtig aber wir sind jetzt der sprung die idee weil ein bisschen als mit trikären situation wenn ich rauskommst aber öl natürlich aber war kein dings mehr ist ein schlangen ist vergiftet er hat man ihn noch die genauer schmeiß öl drauf feuerpapier auf die waffe und dann reinfallen stimmte das wert wahrscheinlich nicht er hat also der stürzern wir von feiner einst also der bestellung der war fast mit einem betont ja gut aber die beste idee was trotzdem nicht ok dann können wir wieder weitermachen ja genau da unten sind meine seelen da 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 will ich jetzt entspannt hin also hast du vorsicht vor schlangen auf jeden das war ein schlangen schlossen hehehe alle sind neben die jümeleien dick cheese dick cheese dick cheese dick cheese hast du käse auf dem dick sagt hast du käse auf dem dick sagt über die w коomst da du dich 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 du du khunt du du Es ist ein Snack, Mann. Ich bin zufrieden von den Snacken auf dem Flugzeug. Hey, da kannst du springen. Dann gehen wir zurück. Shit, nigger. Sollte ich erst mal etwas machen. Shit, nigger. Das ist true, nigger. Das ist true. Warum zeigst du mir jetzt schon so viele Wege nachdem ich gerade mal wieder geschafft habe. Also alle zu ihm. Und dann sind noch 5 andere Areas offen. Bloodborne, in a nutshell. Oh, oh. Oh, shit, nigger. Oh, oh, oh. Oh, shit, nigger. Shit, no shit. Shit, nigger. Nigger, please. Fire. Outer. Oh, das ist ein Snacken. Don't be... Run away. No. Get out. Man. Das größte Problem ist, dass der da fällt, gesliped hat. Oh, man. Und da ist er, endlich. Blutecho erlangt. Oh, ohne. Was? Oh, ohne. Hm, nix mit ohne. Ah, ohne. Yeah. Oh, Gott. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dann kann ich raus. Oh, was nehme Rund welche. Ja! Ich will den noch runter. Ne? Ja, nein. Nie? Nie, nein? verschiedenkeit wird mir auch nicht warum will ich dich jetzt eigentlich machen ist auch was nö aber doch und fuck you fuck you goodbye jetzt eine falle nein zu hoch zu viel zu hoch hier habe ich nicht mehr viele ja klar aber kein leben zu haben jedoch und hier folgt bis zu den schwein schwein und jetzt da ist doch was das hat er nicht mehr gesehen nicht schon wenn ich wieder um drinnen und die schwein 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 das hat keine zwei prox gezeigt schwein 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 hier hier lagen äh hier war ich doch schon Stimmt, ich sag mal, dass sie vom Baum und der vorne ist. Also, war ich hier schon? Dann war ich hier schon, okay. Dann muss ich aber trotzdem noch da hin. Ja, du ist. Do it and do it and do it do it do it. Einmal hier so? Mushroom. Sofort, honey. If he is, they will be creepy. Dann, das ist okay, they will be creepy. Okay, okay, okay. Dann müssen wir. Jetzt bist du hier in der Mushroom People Area irgendwie. Smack. Damn. Das ist falsch. Turn down, what? Was ist das denn hier? Vorsicht, man. Zwei Stück. Ach, naja. Bei ihnen hab ich genug was. Mach mal Space-Seite weg, ja nein. Und dann. Mach mal nicht. Was kommt der hier. Und ich hab da wieder. Was geht zum Laser-Gunst? Vorsicht. Machen die jetzt mal abwechsen, damit ich mir ja nicht herankomme? Jep. Snipe ich jetzt auch. Ja. Mein Alter. Wenn wir abwechsen machen, komm ich doch nicht heran. Sprint-Attacke. Der eine ist rot und der andere auch. So macht man das. Einfach Hämmer. Rein rennen und total angsterfüllt alles umhauen was geht. Ah. Linksläufig. Das ist auch eine Regel. Mates on murder rollen. Wir werden uns in der nächsten Folge weiter mit der Assence der Maschinen. Aber ohne diesen Typen. Goodbye. See you.